Hallo Leute und herzlich willkommen zum Halbfinale des sagenumwobenen, legendären, absolut genialen Carlos-Turnier. Wir spielen heute mit Galanto, der sich absolut verdient ins Halbfinale gespielt hat, gegen Fee... Valerie. Bloxen, was geht? Richtig, hallo, ich bin die... Also ich muss ja nicht meinen Cosplay anhabe, um eine wunderschöne Fee zu sein. Ja. Das war's. Punkt. Ja. Das Ende. Na gut. Ich freue mich sehr auf Bergmitte A, B und C. Hast du Bock drauf? Ja. Ich try alle hier rein. Auf die Bergmudi auch. Die Batterieleistung lässt nach. Nein. Das soll ich tun. Aufladen, aufladen wäre gut. Ich habe nur so, ich spiele mit Sticks. Achso. Ich kann hier gar nichts aufladen. Aber im US-Case passiert ja nichts, ne? Dann kommt ja einfach A nur. Ja. Dann machen wir einfach... Ja, wir warten dann halt jede Runde 60 Sekunden. Gerne. Ja, aber ich sag, ist trotzdem eigentlich der Play mit... Wir haben auch nichts anderes vor heute, oder? Ist ja... Nö, haben wir nicht. Ähm... Aber ist doch trotzdem der Play eigentlich, dass wir mit leeren Controllern einfach... Also wir gehen mit leeren Controllern rein, dann spielen die alleine. Und dann produzieren wir ja Content for free. Mein Gott. Dann können wir einfach was anderes machen in der Zeit. Richtig. Und kommentieren können wir ja irgendwelche Sklaven. So G-Dricks und Frigo oder so. Die machen das dann. Die kommentieren dann für uns. Irgendwelche Sklaven. Müstowelden fühle ich mal gar nicht. Doch, auf Parfi. Ja, ja. Also Flunky werde ich auch enjoyed, weil... So ein hoher Gewaltboost könnte schon nervig werden. Ja, aber ich sag, wenn da jetzt mal so ein Iron Hat kommt, Alter, fühlt man. Oder jetzt kommt die Kraft weg. Ja, aber da hätten wir jetzt... Müstowelden auch nicht sonderlich viel gebracht. Oh, warte. Oh, warte. Deine Verteidigung ist jetzt dein Angriff. Ja, gut. Hast du mehr Angriff oder mehr Verteidigung? Mehr Verteidigung, ne? Definitiv. Ja, definitiv. Wasserring. Oh, Junge. Alter, der kann nie wieder sterben. Also außer du One-Shotest ihn. Ich sag, solange der kein Schalten kriegt, kann er sich auch nicht heilen. Äh, das ist, äh, ein guter Punkt. Oh, 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 oh. Ey, ein Glück mühst du Wellen, Alter. Ein Glück mühst du Wellen. Ja. Ein Glück mühst du Wellen. Alter. Ei, 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 ei. Ciao, Kommissar Rex. War schön mit dir. Als ob hier einfach freaking Eruption kommt. Ey, aber Eruption fühlt man sehr. Schade, dass es von Parfi kommt und nicht von fucking... Keine Ahnung, was ich noch habe. Felinara. Ja. So. Mutter und Sohn sind wieder vereint. Dieses Mal Bergmutter zusammen mit Bergmutter C. Bergmutter. Da ist sie wieder. Oh, jetzt hat er Schaden gekriegt. Nein, ich trottel. Das soll ich nicht machen dürfen. Ja, ja. Ein Glück bist du für Eruption gegangen, du Loser. Ja. Ey, das wird 400 Jahre dauern. Der hat Überreste noch, ne? Nee. Nee, Bombluff. Giftschleim hätte ich gefühlt. Schade. Was hat der eigentlich gemacht? Ach ja, Wasserring. Ich hab gerade überlegt, was hat der eigentlich getan? Ja, Wasserring. Der ist so gefährlich, ne? Und das schnellste Modell auf dem Feld. Match, Bombi! Oh ja! Ja, mit Ruhe Gewalt. Boah, ist okay. Ist okay, ne? Ist okay. Gar nicht mal ungefährlich. In dem Fall hätte ich gerne auf Ruhe Gewalt verzichtet und die Vergiftung gekriegt, aber... Psychofeld... Hm... Na gut. Ja. Ich sag, Ruhe Gewalt muss, war schon okay. Er hat schon guten Damage gemacht, so. Ja, aber die Vergiftung wäre mir trotzdem lieber gewesen. Ja, sehe ich den Punkt grundsätzlich. So, komm, mach mal ein bisschen Damage jetzt hier, mein Freund. Hm, mit Reflektor. Ja. Ist aber wichtig, weil... Weil dein Angriff gerade sehr, sehr gefährlich ist. Sehr, sehr gefährlich. Und du musst mich erstmal hier wieder hochrecovern. In aller Ruhe. Ja. Ja. Oder es kommt nochmal Eruption. Knuddler? Step? Ja. Ja, sollte aushaltbar sein, glaube ich, hinter dem Reflektor. Na guck mal. Das war guter Schaden. Du hast zumindest die Eishautheilung negiert, hoffe ich für dich. Nee. Ja, doch. Doch, doch. Gerade so. Gerade so. Na gut. So, Berg mit AC ist so langsam aber sicher wieder back im Business. Ja. So langsam aber sicher. Ich befürchte, ich werde da nicht so dran vorbeikommen. Mehr langsam als sicher. Ja. Ja. Ja, ganz ehrlich, wenn du eine Lichtkanone oder einen Stahlschall bekommst, ob ich... Ja, wenn, aber das wird nicht passieren. Sind wir ehrlich. Lichtkanone. Das wäre so strong gewesen. Wäre ja echt strong gewesen. Aber es kommt heute noch. Was auch okay ist. Ja, fühle ich nicht so. Aber... Weil... Weil jetzt stehen da zwei Tanks auf beiden Seiten halt, weißt du? Ja. Guck mal, Kopfnuss macht gar nichts mehr. Macht echt wirklich nichts mehr. Dafür, dass... Wenn mich nicht reingeknallt hat. Das stimmt. Stärke. 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 Ja. Macht mehr Schaden als von Muddy. Macht mehr Schaden als von Muddy. Gillotine. Ja, 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 ja. Oh, ja. Nicht Berg mit AC. Berg mit AC. Es ist eliminated. Und so kommt man nämlich doch am schlimmsten Hindernissen vorbei. Oh, ja. Oh, Mann. Alles umsonst. Äh, ja. Die ganze Prep. Ja. Jetzt einfach K.O. Treffer. Ja. Oh. Ich will ungern in den hier reingehen, aber ich muss ja, ne? Let's go, Dr. Frickson. Alter, jetzt ein Ironhead, ne? Let's go. Ich hab... Ja, ja. Ich mein Reflektor ist draußen, aber ich glaub, ich bin trotzdem nicht sonderlich viel. Ne. Außer der Ironhead kommt von Parfib. Dann nehm ich den. Ja, ich glaub auch. Komm, mach irgendwas. Eruption. Alter, was? Nee! Was? Verliere ich Schwebe jetzt eigentlich? Ich glaub, vielleicht schon. Also ich kann nicht mehr rauswechseln. Ja. Ne, also Schwebe hab ich schon wieder. Weil würde ja Sinn machen, dass ich jetzt quasi auf dem Boden lande. Kraftschub, ey. Egal, was für einen physischen Stahlmuff der bekommt, ne? Ja, ich sag... Ich sag, Dr. Frickson wird vernichtet, aber Arctilas wird alles nehmen. Ja, ja. Mit dem Reflektor, ja. Aber ich sag, ohne Reflektor nicht. Okay. Auf den ist okay. Kraftwelle. Und spürzt der Gestalt. Weil, du musst dir überlegen, du hast gerade deine Verteidigung als... Oh. Okay. Du hast gerade deine Verteidigung als Angriff. Ja. Und bist plus eins. Und hast Ruhe, Gewalt. Ja. Und wahrscheinlich noch... Ne, hast du Live-Op? Ne, ne? Luftballer hast du. Ne, hab ich nicht. Der ist wieder nicht geplatzt, hab ich das Gefühl. Stimmt. Ja, aber wahrscheinlich hab ich dich einfach nur noch nie angegriffen, oder? Ja, ich glaub auch. Das ist alles Hage schaden, die ich da hab. Ach, du Heilige. Nimmt man aber, dass Parfie der Tank hier steht und macht, Alter. Ja, ist halt wirklich so. Blau, Flam. Oh Gott, das killt, wenn's auf Flunkkiefer geht. Das geht auf Flunkkiefer. Oh, oh, oh. Und dein Luftballon wird wieder nicht platzen. Doch. Es gibt Platz. Oh. Krass. Warum platzt der dann noch? Ja, das ist dann... Habe ich wenigstens die Info, dass kein anderes seiner Pokémon Luftballon... Spielen wir eigentlich mit Itemclaws, sag mal? Ne, eigentlich nicht. Sag mal. Na gut. Flinch. Ah. Ah, ich glaube, dass jetzt so Flunkkiefer weg ist, wird's schwierig. Nja, Poltergeist... Ah, Rosspilbeere also, ja. Die gute Rosspilbeere. Ich war vorbereitet. Macht halt trotzdem guten Schaden dafür, dass ich Reflektor auch... Macht das ganz guten Schaden. Ich glaube, leider auch. Hä? Ach ja, der Verwurzler. Du bist immer noch verwurzelt. Junge, diese ganze Heil-Scheiße auf dem. Das triggert mich. Er hat das geteambildet. So, jetzt eine Eruption von dem. Das würde ich fühlen. Ich sag, nee. Doch. Doch, doch. Nee, machen wir nicht. Frigometrie, Frigometrie. Geowulf, Geowulf. Siehst du diesen Schaden? Siehst du diesen Schaden? Bam, bam, bam. Kauf dir jetzt eine neue Kinderlieder-CD. Gefriert. Er wäre ja sau wild, oder? So Pokémon-Lieder. Also Kinderlieder in Pokémon-Dings. Ja. Würde ich fühlen. Ja. Wäre halt nice. Ich glaube, da könnte man richtig coolen Schiffen. Digga. Oh, ja, müsst du wählen. Oh, ja. Ja, da gehen wir rein. Die Eruptionen mal wieder schwächen schon mal. Das ist so ein bader Kampf, Digga. Es ist sehr story, sag ich mal so. Es ist sehr story. Okay, Donnerwelle gibt's, Mann. Ja, es wird nicht weniger story, glaube ich, dadurch, wenn jetzt noch Full-Paras mit dazukommen. Ja. Aber, oh, der verwurzelt. Oh, 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 oh. Psychofeld ist weg. Das heißt, also, Psychofeld ist natürlich shitty, weil Psychoattacken wären zumindest ein bisschen stärker gewesen. Ja. Aber, dass der Reflektor weg ist, ist doch schon mal gut für die Bulkinis in diesem Kampf. Ja. Würde ich behaupten. Und für den Nara jetzt schnell... Sieh da für meinen Kanal, dieses Drecksmatch hier, ne? Lass mal irgendwas Spannendes jetzt passieren. Auf den, natürlich geht die physische Attacke auf den. Junge! Er trittet. Trittet ja trotzdem. Felinara. Na gut. Boah. Felinara, können sie nicht zielen, können sie nicht tagten. Uff, 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 uff. Parfi, mach mal jetzt Iron Head auf Frigometry. Das Problem ist, Parfi und Felinara haben, glaube ich, trotzdem noch eine sehr gute Spätstep. So grundsätzlich. Also, da werde ich jetzt auch nicht easy... Ja, guck mal. Kannst du nicht easy dran vorbei, ne? Die Lawine schmeckt. Ja, ich habe über Frigometry gesprochen. Ja, auf den Ladestrahl ist okay. Ja, macht nichts, okay. Perfekt. Aber Boost, Boost, Boost. Ist auf minus zwei. Kein Boost. Die sind beide auf minus zwei. Das heißt, ich bin quasi auf plus zwei. Wenn man es mal so betrachtet. Wenn man so will, ja. Das sind Arctilas mit zwei Offensivwesten, wovon bei der zweiten Stückchen fehlt. So eine halbe Weste, so. So eine bauchfreie. Ne, so eine Dreiviertel, glaube ich, oder? Ah, Mülltreffer, bitte auf Frig. Es geht wieder auf Arctilas, ne? Vergiftung. Bitte legst du vergiften, vergiftung, 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 vergiftung. Vergiftung, vergiftung, vergiftung. Kommt Weichei. Ich sag's dir. Oder Grasfeld. Och, Egelsamen. Oder Egelsamen. Diese Heilung. Sie endet. Nö. Ich mein, es macht wenigstens Schaden. Das heißt, es ist schon, glaube ich, die Heilung. Oh, okay, auf Frig. Bitte, bitte. Bitte. Ja. Ich tank das, ich tank das, ich tank das. Oh mein Gott. Oh. Das war Progress, würde ich sagen. Flammblitz-Parfis sieht man aber auch nicht jeden Tag, sage ich. Nö, aber passt irgendwie dazu, finde ich. War ein schlitziger Move. Okay, okay. Ja, irgendwie stellt ihr dir doch vor, wie der mit so Feuerschweif so durchs Weltall düst. Ja. So in High Speed. Ja. Sehe ich schon. Natürlich. Wer nicht. Hä? Wer nicht. Ihr nicht, oder was da draußen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, lass mal ein Like da auf jeden Fall. Au. Nicht schon wieder, bitte nicht auf Arctilas. Der knüllt wieder alles um, Alter. Okay. Stimmt, auf Arctilas wäre ja so gut. Ich werde einfach immer die Fullparas bekommen, wenn ich für Dings gehe. Für Verzweifler, alles easy. Alles geplant. Du kriegst immer für Verzweifler. Ja, aber ich kann doch Fullpara bekommen. Ja, aber jetzt die ganze Zeit, oder was? Fünf Runden. Ja. Okay. Ach stimmt, ist ja gar nicht Folterknecht. Ich bin immer noch so im Folterknecht-Modus. Stein-Pulitur spritzig. Der ist echt spritzig. Guck dir an, wie spielig der jetzt ist mit seinem Feuerschweif. Guck ihn dir an. Ich weiß nicht, Uli. Das geht so nicht. Für Wurzler lebe ich noch einen Hit. Ja, aber die Egelsamen lebe ich nicht nochmal, oder? Nee, nee. Nee, nee. Das war's mit spritzig. Gott sei Dank. Ist für die Nahrer dein letztes oder vorletztes? Vorletztes. Naja. Irgendwas hast du da noch, ne? Ja, das ist nicht gut. So, die Bergmutter ist wieder fit. Okay, Mr. Meme. Du musst es reißen jetzt. Ja, aber Mr. Meme ist schon strong. Ja, übel, oder? Der hat gutes Matchup gerade. Okay. Du hast gesagt. Naja, der greift speziell an. Ja, du drückst dem einen Tackle, ist er tot. Ja, aber du drückst mir einen Feuerblitz und du bist... Ja, aber ich krieg nur Windhose. Ja, gute Feuerblitz. Feuerblitz, aber auch ein Wilder, ja. Du guck dir an, wie viel Schaden das macht. Das war ein Split-Move-Windhose. 40 KP. Ja, gegen Arctilas, Baby. Ein Drittel von Arctilas. Magnetregler. Magnetregler. Nein! Oh, jetzt beschärb ich durch die Windhose, oder? Durch die Windhose lebe ich nicht mehr. Nice. Und er flinscht. Schade. Aber ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist, ehrlich gesagt. Steinpolitur, ja. Noch zweimal. Und dann bin ich schneller als Pant... Filinara. Ja. Pantimos traue ich mir dann doch nicht zu. Das Problem ist, du hast ein Problem. Okay. Hier ist Kommissar Rex, again. Ja. Hier ist der Hagel, again. Ja. Und damit ist die Heilung da, wieder again. Ja. Und der Schaden bei dir. Die war halt nie weg bei Arctilas. Ja doch, in dem Turn habe ich keine Heilung gerade bekommen. Ja, in dem einen Turn jetzt. Von all den Turns in dem Game jetzt, ich weiß nicht. Ja, ja, eben. Ich muss ja meinen MVP hier irgendwie durchcarryen. Ich bin ein fucking Eis-Typ. Hier in Nassschwein. Der schlechteste Typ überhaupt. Dafür stehe ich kurz vorm Finale, okay? Ha! Der Flinch! Der Flinch war ein bisschen gemein, bin ich ehrlich mit dir. Oh, noch nicht doch immer Wunderraum, Alter. Was ist denn mit dir? Oh, Mann. Jetzt wird wieder Verteidigung und Spad Staff getaucht. Oh mein Gott, das könnte gefährlich werden für Arctilas. Oh mein Gott, das könnte richtig geil sein für Arctilas. Ja. Jetzt können Tackle. Oha! Please stop! Das war besserer Scheiden, als man gedacht hätte gegen Arctilas. Na, wegen Feenschicht halt, ne? Ich spiel keine Feenschicht, Alter. Ach ja, stimmt. Du spielst Schambolzen, der ja so oft schon getriggert ist. Ja, übel, ne? Oi, oi, oi. Ey, das wird ein spannendes Match hier. Ja, ja, ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Galanto? Guck mal, Galanto ist der 8. Arenaleiter. Und bisher, Achtung, Spoiler, haben alle 8. Arenaleiter außer Volkner gewonnen. Oder? Zuletzt, glaube ich, auch. Aber wenn der Eis-Arenaleiter als 8. Arenaleiter gewinnt, dann ist aber eine ganz, ganz kritische Kiste, du. Ja, aber es ist Carlos, der hat alles irgendwie möglich. Es ist alles möglich, ja. Aber M. Olga Wood ist auch noch im Rennen. Und Rollenspiel. Potenziell. Let's go. Oh nein. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was jetzt besser ist. Jetzt ist seine Haltung weg. Der Schaum wollte es damit instant triggern gleich. Aber meine Oh nein-Reaktion war auch strong. Ich bin nicht sicher, ob das gut überschleppt ist. Die war auch echt authentisch. Also das war tatsächlich authentisch. Ich wollte so, oh scheiße, das ist ja scheiße. Und dann war ich mir nicht mehr sicher. Oha. Das war auch genau so authentisch. Oh nein. Das ist so fern. Das ist so deutsche Anime-Synchronisation. Oha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, nein. Ach ja, das tankt alles speziell. Habe ich Spätstaff? Ich bin auf Plus-Spätstaff gerade. Ja. Der Wunderraum. Ja, er hat dich einfach gecarried. Warum denn wieder halt? Ja, warum denn nicht, Alter? Wie viel Schaden das macht. Mein Chip ist Chap, aber trotzdem, das ist doch noch nicht der wahre Damage hier. Doch, doch. Komm, gönn. Oh. Irgendwas stirbt. Oh, Batterieleistung lässt nach. Aber ist egal. Oh, erlebt den. Ja, aber Hagel. Warte, ich bin nochmal dran. Junge, wie langsam bist du? Ja, sehr langsam. Oh, ja, irgendwas stirbt. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, der stirbt nicht. Aber Vergiftung, 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 Vergiftung. Nein. Oh, die Wurzelklocke saved my life. Ich glaube, ich glaube, das ist echt gerade so, oder? Wie viele Kappe hast du bekommen? Oh Gott, das waren schon viele Schaden. Oh, ja. Ja, oh ja. Ja, das sind genau die vier Kappe, die ich bekommen habe. Ach du Scheiße. Die Muschelglocke ist es einfach. Die Muschelglocke. Oh mein Gott, Mr. Meme, bitte stopp. Bitte stopp. Mr. Meme, jetzt mach jetzt die Welle. Bitte stopp. Aber jetzt bin ich wieder auf Fistep. Ich bin wieder auf Fistep. Jetzt stirbt aber irgendwas. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, komm. Komm, Arctilas. Mach was. Nebelfeld. Was, Nebelfeld, Bruder? Das ist gut für Felinara, weil ich bin sehr nebelig. Der kann mich ja eh nicht vergiften. Ich brauche kein Nebelfeld. Ja, na, weiß ich nicht. Der kriegt keine Hex. Okay, Kommissar Rex darf zuerst. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Zugabe. Fehlgeschlagen. Sehr gut. Wow, das ist so ein bader Turn gewesen. Felinara, jetzt mach richtig dick Schaden, damit du nochmal gesaved wirst. Wachst du? Jawohl. Okay. Aber ist der Hagel noch da? Es könnte sein, dass der Hagel jetzt endet, ne? Oh, das wäre so wild. Komm. Komm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee. Yes. Er ist noch da. Okay, wir haben zwei versus eins. Aber Pantymos ist freaking scary. Ab diesem Zeitpunkt. Vor allem dadurch, dass du mir die Eishaut weggenommen hast. Ist halt echt unangenehm. Ich sag's dir, wie es ist, Bro. Ich sag's dir, wie es ist. Du brauchst einen Zauberschein und das war's. Ja, eine Hitzewelle würde ich halt fühlen. Ja, wäre auch gut. Aber Zauberschein kann nicht mal missen. Käfertutzt. Oh, Mist. Aufkommen ist direkt. Oh, das trifft beide. Achso, das trifft beide. Ja, dann stirbt der. Ja, okay, okay. Das ist gut, das ist gut. Junge, du hättest beide wahrscheinlich getötet, ne? Maybe, ja. Wenn du nicht gemisst hättest. Aber so bleibt es spannend. So bleibt es sehr, sehr spannend. Es kann doch nicht dieses Trash-Fehentim reinkommen. Schuppen rasseln, ja. Nice. Ach, du Scheiße. Das ist gut. Kommissar Rex. Und der Hagel hört auf. Sehr gut. Und der Wunderraum verpufft. Sehr gut. Ist scheißegal, aber. Ähm, Kommissar Rex. Ach, du Kacke. Kannst du das noch winnen? Go, go, Pantymaus. Bitte, wenn du das Ding holst. Drachenrute. Mist. Wäre auch geschwächt gewesen im Nebelfeld. Alles easy. Hätte gar nichts gemacht. Stahlflügel, ja. Mist doch auch mal. Ja. Ja. Galanto. Er bleibt den achten Arena-Leitern aus Erfolgner treu. Nice. Was für treu? Er hat zwar die Schissleistung aller achten Arena-Leiter selbst schlechter als Volkner. Nee, nee, nee. Er hat nur durch Lack gewonnen einfach. Lack. Herz geht raus für Galanto, der sich hier absolut verdient ins Finale gespielt hat. Starke Leistung. Und, äh, ja. Dann können wir uns das Finale zwischen Galanto und Fricken. Ja, verrate ich euch natürlich mal wieder nicht. Äh, müsst ihr bei Blocky nachschauen. angucken. Habe ich den Satz auch nur halbwegs richtig beendet? Ich weiß es nicht. Schaut bei mir einfach rein. Dort findet ihr den nächsten Finalisten raus. Let's go! Und lasst da auch einen Like-Kuss.